Ja, du hast ja echt gelitten, willst du doch nicht sowas großes bauen, ey. Hier wär jetzt die Ultimatist, was feines. Das wär immer was, das wär, ja, das ist aber scheaten. Nö, kann ich auch gleich, Fabio meinte ja zu mir, Game Mode ist kein Cheaten. Das ist auch kein Cheaten, weil das Spiel eigentlich aufgebaut ist. Das ist kein, sag mir mal, ist Game Mode cheaten oder nicht, beantwortet es mir in den Kommentaren. Also nochmal dafür, der Game Mode ist ja ein Spiel eingebaut, was im Spiel, ah gut, Cheats sind auch, eh gut. Wenn die for Speed so ein Code eingeben, ist ja auch ein Cheat, wo man eine Karre umsonst kriegt, oder? Nein, das ist ein Vorteil, was du automatisch geschenkt bekommst. Ja, das ist aber auch ins Spiel eingebracht worden, wie der Game Mode... Ja, weil der Game Mode ist was zum Cheaten, ihr könnt euch Items einfach geben. Ja, aber ich verstehe das nicht, wenn ihr zum Beispiel, ihr könnt ja jetzt auch anschalten, im normalen Survival-Modus die Möglichkeit habt, diesen Game Mode anzuschalten. Ich hab vier Diamanten gefunden, wenn ich's wissen wollt. Okay, dann kann ich mir gleich eine neue Spitzhacke machen. Da verträumst du. Nee, das träum ich nicht von. Ich baue mir erstmal ein neues Schwert gleich von. Schon wieder? Du hast doch eins, Alter. Ja, du kannst mir eins haben, wenn du willst. Ich hab doch selber eins, was dreimal so gut ist wie deins. Fabio, willst du Sharpness 1? Nein, ich hab Sharpness 2, ja. Kann man das mit dem Beta-Enchanting-Mod wieder rückgängig machen, was da drauf ist? Nein, der Mod geht eh noch nicht, oder? Es wurde ein Bericht über die Arbeit des Programmes erstellt. Kaspersky, okay. Sieht das jetzt jemanden hier? Ja, das ist jetzt aufgeploppt. Ist der Mod jetzt schon ge-updatet? Nein. Ja, siehste. Aber man kann das damit rückgängig machen, dass das geht. Ja, dann packe ich jetzt gleich eine Truhe, solange ich kriege mein Level dann zurück, oder was? Ja, das ist gut. Hast du auf Level 30 entschändet? Nein. Boah, der hat mir ins Bein gebissen, hätte ich ja nur Sharpness 1 gekostet. War Level 5 oder so, keine Ahnung. Ja, dann ist kein Wunder, wer der besonders erwarten kann, oder? Brauchst du noch was am Werk, euch da nämlich was mit? Ich sag mal so, auf Level 5 habe ich ja meine Pickaxe bekommen mit Unbreaking 2. Also ich brauche eine Schaufel wieder, Fabio, die ist gleich kaputt. Warte, ich guck mal her, ich hab dem bisschen Koppelstour mit. Ja, ne, jetzt bin ich schon oben. Ja, ja, der kleine Weg, der du da hochgelatscht bist. Der, 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 übrigens beurteilt hat auch mal die Musik, ich find die toll. Obwohl, die kennt man schon von Table Tennis Gamer, Frannik und Pupsgesicht LP und... Ich frag mich, wer dieses Table Tennis Gamer abonniert hat. Ja, ich nicht. Ja, so tolle Videos macht der jetzt wirklich nicht, aber... Oh, du hast ihn gefragt. Das ist jetzt Geschmack, je nachdem, was. Ich will jetzt hier keinen beurteilen. Also teilweise hat der mal wirklich gute Videos gemacht. Aber hängt ihn an den Eiern auf. Aber teilweise macht der doch so ganz komische Videos, die man jetzt gar nicht versteht. Zum Beispiel irgendwie... So wie deine. Äh, Minecraft Steingeschichten. Dann stellt er sich von Stein und erzählt irgendwelche Geschichten. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, das ist doch der Sinn davon. Und der hat manchmal auch die Musik ganz schön laut, ja. Ist ja absichtlich so. Ja, aber das ist nicht schön. Wir können ja auch einen auf Minecraft, äh, pings.de machen und, äh... Vor.de? Hm, Idiot. Jetzt hast du den gepusht indirekt. Egal. Ähm. Mit dem, der macht doch auch mal so ganz toll hier seine Musik richtig laut. Und dann versteht man kein Wort mehr. Ne, Frannik? Das kennst du auch persönlich, ne? Na, gar nicht wahr. Ich mach das immer so bei Camtasia. Schön abhegeln. Jede Folge. Na, wie kann man nur Camtasia benutzen? Hast du das denn einfach gekauft? Ja, echt jetzt? Ja, die Studenten wäre so für Arsch lecker. Gibt's gutständig, wenn du von Camtasia? Ja, für Arslacks. Gibt's nicht. Sicher. Nee. Der Frannik ist doch ein ominöser Hacker. Hacker? Hacker. Warum ist jetzt hier Wasser marsch? Ja, weil hier oben immer die ganzen Steine rausgekloppt werden von mir. Wenn mich einer fragt, ich benutze A wie Demox. Was ist das denn? Das ist umsonst. Das ist umsonst, das habe ich auch mal ne Zeit lang genutzt. Wenn mich einer fragt, das ist umsonst, das benutze ich dann. Das ist doch voll der Scheiß bestimmt, oder? Ja, Wischen, ich wollte dir jetzt eigentlich mal die Werkzeuge geben. Das ist sogar richtig gut eigentlich. Da kann man sehr, sehr, sehr viele Qualitätseinstellungen machen. Ja, und die sind aber trotzdem scheiße. Das Auverlayer ist ziemlich doof gemacht, finde ich aber. Das stimmt, aber es guckt auch gute Qualität aus, wenn ich hatte ich auch mal ne Zeit hier liegen, so. Hier, jetzt haben wir ein bisschen Cobblestone ein. Ja, garantiert nicht. Ja, die Truhe ist voll dann gleich. Ja, dann machen wir gleich noch einen ganzen Raum extra für Cobblestone. Ganzen Raum? So, fertig. Ja, was soll man sonst machen, wenn man jetzt gerade so viel am Ausleben ist? Jetzt erschlägt er sich beinahe. Keine Ahnung. Verbrennen. Dann noch gar keinen Ingame-Sound-Song schon wieder. Wir haben eine doppelte Truhe für Stein. Mein Minecraft funktioniert schon wieder indirekt nicht. Ja, dann startet das Spiel gleich neu. Mal kurz eine Aufnahmepause oder so. Nee, 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 nee. Ja, doch, doch. Nee, nee. Scheißegal, dann können Sie die schöne Musik beurteilen. Und unser Gelaber. Ich will aber keiner. Ach, unser Gelaber will auch keiner hören. Hast du recht. Ich bin leise. Tschüss. Oh, ich glaube, Thelum ist da. Ja, das interessiert keinen. Der ist der überhaupt. Doch, er ist minderwertig. Diesen Thelum. Grunde Witz, das ist der beste YouTuber auf Erden. Ihr müsst ihn mal suchen. Den findet er bald bestimmt. Der nennt sich Stronghold King. Stronghold. Was hat der denn? Toggling Dawnfall of... Das macht er, er macht den Regen mit Too Many Items aus. Nö, das ist ein Befehl zum Eingehen. Ja, das geht auch, aber man geht auch mit Too Many Items. Ja, hatte, habe ich immer noch. Das ist aber auch Cheaten. Ja, ja, ja. Fabio ist ein böser Bengel, der kann nur Cheaten. Ich sage es mal so, der Regen nervt. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wir gehen auch noch eine Etage runter, weil dieser komische... Wir ziehen durch die Decke wieder rein. Ich habe ja und gehe in eine Etage runter, denn wenn da überall das scheiß Wasser kommt, das ist nervig. Oder wir machen halt das Wasser einen höher, weißt du? Wer hätte hier einfach mal direkt tiefer gegangen? Ich mache einfach das Wasser einen höher, das ist kein Problem. Sag nichts, ich bin ruhig. Ne, du bist doch hier eh das Opfer. Ne, war ein Witz. So. Wenn du mal nicht da wärst, dann wäre ich das Opfer. Ja, ja, also du bist das zweite Opfer nach mir. Oh Gott. Und Franek ist... Ne, Fabio ist das erste Opfer. Und ich bin das zweite, du bist das dritte. Ne, 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 ne. Wir haben Pony vergessen, der ist das erste. Wieso? Du sitzt hier gerade und wenn die Leute öffentlich massakrieren, bin ich nicht in Ordnung von ihm. Och, was der hier unten für Scheiße anstellt. Ja, ich überflute hier gerade alles. Ja, und ich sehe nichts. Alles dunkel. Ich finde das Wasser auch im Moment sehr schön, wie das gerade ist. Das ist mieser Wasser. Das ist mieser. Was hab ich... Ich hab das... Was hab ich? Janina Craft. Die alte, die... Nein, hab ich nicht. Nein? Nein, ich find das total sch... Ne, ne. Hatte ich mal, hatte ich mal. Ich hab jetzt von der alten Debitor-Version. Ich weiß gar nicht, woher das Wasser her hat. Stimmt, von dem alten Meine-Kraft-Version oder sowas. Ich mein, das ist das alte... Nein? Bin ich mir nicht sicher. Irgendeine alte Version jedenfalls, was die am besten aussehen. Ja. Also seit den letzten zwei Versionen hatte Debitor ja von Meine-Kraft. Ja, das ist schon älter. Aber dann halt, hab ich auch bei dieser MIS... Im MIS-C-Ordner kann man ja auch angehen, wie das Wasser dann noch aussieht, wenn sie's bewegt, so, weißt du? Ja. Und da fand irgendwie auch so ein Alter. Das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ja, 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 ja. Wie... Von welcher Version das mal ist? Boah, dieser scheißdreckige Sand, das ist echt nervig unter Wasser zu bauen. Weißt du, wir gehen einfach oben drauf und decken da das ab. Ja, wir sind doch schon fast fertig. Ja, aber... Naja. Und meine Spitzhack ist eh leicht kaputt. Ich muss mir gleich eine neu enchanten, auf Level 2 vor allem. Ich mach mir gleich eine Eisenspitzhack. Das lohnt sich nicht, auf Diamanten zu enchanten, auf Level 2. Mit Glück. Mit Glück hab ich dann so eine 5-stufige Waffe da noch einmal. Mit Glück hast du Glück drauf. Kaching! Hatte ich schon mal. Ich hatte mal auf Level 1 zu stellen und hatte Glück. Das ist super. Du hattest Glück oder du hast das Glück? Ich hab Glück drauf gehabt, meine ich damit. Oder du hattest Glück. Nein, ich hatte kein Glück. War das Pech? Nene. Pech hatte ich jetzt, Alter. Jetzt ist er verwirrt, jetzt ist er verwirrt, ey. Näh, ich bin nicht verwirrt, ich hör dir einfach nicht mehr zu. Wieso hast du zu Pech, Fabio? Haben wir noch Rütteln? Ja, weil ich jetzt beinahe erstickt werde da unten, Alter. Wingen, wingen, wingen. Fragen, nix übeln Geruch oder was? Nee, wie ein Wasser. Bin auch immer nie bei euch. Ja, aber man richtig zählt, ob ich den Wind. Weißt du? Ich hab ne Kamera installiert in Fabios Schwert. Ich kann euch beobachten. Ja, vor allem so eine Wanze gibt's auch schon in Minecraft. Wird mir die wundern. Ich hab aber jetzt gerade meine Hand ausgerüstet. Ja, deswegen seh ich gerade nichts. Okay, dann nehm ich jetzt wieder das Schwert. So nenn ich die Folge. Oh yeah. Ich muss auch immer Screenshots machen. Ich kann doch nicht vergessen, einfach Screenshots. Mein Gott. Ich muss doch jetzt Summails machen und so. Dann mach ich doch jetzt nach jeder Folge immer. Hab ich jetzt ganz vergessen, tut mir leid. Oh, unprofisch. Ja, ja, na ja. Bekommt das Wasser jetzt hier noch. Ja, da oben. Wollen wir das alles ausfüllen? Ich denke mal, das machen wir mal mit World Elite. Also. Ja, nee. Das gibt's ja mal gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir das alles bei Hand ausfüllen. Ich find das ein bisschen sch... Dann mach mal das lieber bei Hand. Also World Elite, nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Warte, ich muss mal ein Screenshot für die zweite Folge machen. Okay, ich möchte... Zeig dich mal. Stell dich mal in die Kiste so. Mach die auf. Guck du so, als wenn du die Kiste gerade aufmachen würdest. Genau. So. Jetzt hab ich den Screenshot gemacht, okay. So. Bist du schon wieder voll, oder was? Ich werd noch Starfotograf vor allem. Star. Star. Bin ein Shootingstar. I'm the way you are. Jetzt steht da wieder afkarum oder ist er auf dem Desktop. Nee, nee, bin ich nicht. Boah, wie viel scheiße ich dabei. Ja, die Kiste ist schon voll. Der ist ein Slimebowl, geil. Ja, die hab ich dabei gehabt, glaub ich. Weißt du? Nee. Los, wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Wir müssen hier rein. Oh nein. Oh nein. Die Sonne, sie... Mann, ist das langweilig so langweil zu sein. Dum 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 dum. Oh, ich hab ne Spinne. Oh, ich esse was und werd zurückgeschwommen. Das ist nicht gut. Hast du keine Rüstung mehr? Ich esse was und werd zurückgeschwommen. Was machst denn du da, Fabio? Ich wollte rausgehen und da ich nicht durchs Wasser muss, hab ich mir da ein wenig Loch gemacht. Aber wir können es auch einfach so machen. Guck mal. Zack. Ja, theoretisch schon. So, ab durchs Wasser hier rum jetzt mal. Zack. Boah, Alter, wie der Tier aussieht. Alles überschwemmt. Wassereinbruch. Franek ist schuld. Nee. Man kann nicht immer alles Franek die Schuld geben. Hurra, hurra, die Kabelsohntruhe ist voll. Ah, nee, warte mal. Wir könnten natürlich wieder so einen sinnlosen, fetten Turm bauen. Nee, nicht schon wieder rein. Dann machen wir so schwarze Mächte. Franek, und dann lässt seine schwarzen Mächte raus. Boah. Es wird zu Diva. Es? Ah. Oh, die Klappe. Franek ist eine Diva. Für alle, die es noch nicht wussten. Wenn ich keinen Snickers. Nicht nur, dann. Ich habe sogar Werbung für Snickers gemacht. Da hätte ich auch mal wieder Hunger drauf. Snickers ist doch... Was ist das? Achso. Ich dachte schon. Fabio, bist du jetzt schon wieder hängen gerannt? Ey. Ah, kacke. Das war ganz knapp. Ganz knapp. Hier, stirb, 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 stirb. Was macht denn ihr jetzt gerade? Ja, der wollte mich schon wieder AP klauen. Der Bengel. Ja, und wieso klaut ihr euch jetzt gegenseitig XP? Ich frage jetzt mal hier genau in dieser Folge. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob wir uns die XP cheaten sollen. Nein, wofür der? Ich frage trotzdem mal nach. Es ist ja kein Cheaten. Man darf sich das ja nicht cheaten. Ihr meint, das ist ja kein Cheaten. Und, ähm, ja. Ja, im Gamework ist das kein Cheaten. Ja, aber im Let's Play wäre es... Warum ist hier Holz, bitteschön? So eine Dschungelholz. Das kann nur nur einer gewesen sein. Da war bestimmt der Pony. Ich war es nicht. Jaja, jetzt lenkt er von sich. Nee, ich habe noch nie Holz. Ich war die ganzen letzten Folgen eigentlich hier unten. Warum ist eine Fackel in eine Eisentruhe? Waren hier bitteschön am Werk? Das war's. Nee, ich war's nicht. Ich war's tatsächlich diesmal nicht. Ich weiß gar nichts davon. Wir haben nur noch... Ach, wie der Mann. Leute, was macht mir... Ja, die haben sich alle den Spitzhack und so gemacht. So. Dieser Tunnel ist jetzt hier auch schon mal fertig. Der muss jetzt nur noch aus Stein gemacht werden alles. Ich denke mal, Fabi, du machst die eine Seite. Ich kümmere mich um die andere. Wo es schon so schön hell ist. Ja? Aber meine Spitzhack gibt es so gleich den Geist auf.